Könnten Sie bitte Ihren Schreibprozess schrittweise beschreiben? Es fängt an mit Prokrastinieren. Es ist eben viel im Internet nachschauen, wie schreibt man eine Arbeit gut und so weiter oder welche Schreibstile gibt es etc. Ich sage nicht, dass es komplett unnötig ist, aber es muss nicht unbedingt der erste Schritt sein. Dann habe ich eben Literatur rausgesucht, unendlich viel, bis ich dann 20, 30 Paper oder so irgendwas mir runtergeladen hatte und zehn Bücher oder so, aber noch keins davon wirklich durchgearbeitet haben. Nachdem ich dann zufrieden war mit meiner Literatursammlung, habe ich dann begonnen sie ein bisschen durchzuarbeiten. Ich habe mir dazu die Paper eher ausgedruckt, weil es mir halt leichter fehlt, mit ausgedrucktem Papier zu arbeiten und dann halt typisch Student unterstreichen und Notizen schreiben. Und ja und bis es dann zum tatsächlichen Schreiben gekommen ist, das hat dann schon sehr, sehr lang gedauert. Also ich habe das auch wirklich lang aufgeschoben, weil ich arbeite gut unter Druck. Da bin ich zu Höchstleistungen fähig. Würde ich nicht empfehlen, aber dennoch so ist es. Genau und dann habe ich mir zuerst einmal meine Gliederung von meiner Bachelorarbeit zusammen geschrieben, nachdem ich eben schon viel Literatur gelesen hatte und dann zu den jeweiligen Kapiteln einzelne Textabschnitte aus der jeweiligen Literatur reinkopiert und dann halt mehr oder weniger eine Gliederung plus Text reingeschrieben, aber ohne wirklich selber viel dazu Eigenes geschrieben zu haben. Und von dort weiter ging es dann eben zum Selberschreiben und das hat auch wieder relativ lange gedauert, bis ich das auf die Reihe bekommen habe, dass ich wirklich meinen ersten Satz auf Papier bringe. Dafür habe ich mir dann halt eben quasi das leichteste Thema ausgesucht, wo ich mir dachte, okay, da kenne ich mich bis jetzt am besten aus. Das ist am einfachsten. Da muss ich nicht so viel Literatur mit einbeziehen. Das geht für mich am einfachsten und damit habe ich dann begonnen. Und von da an ging es dann. Also dann ging es relativ flüssig voran. Aber bis dahin, das war ein langer Prozess, bis wirklich der erste Baustein gesessen hat. Und ja, also ich würde auch meinen, dass wenn ich schreibe, dann achte ich darauf, dass das, was ich schreibe, schon gut ist, also dass man das dann schon so stehen lassen kann. Was dann natürlich nicht für einen schnellen Schreibfluss sorgt. Das dauert dann halt immer ewig lang mit in Wörterbüchern suchen und Synonym Suchmaschinen und etc. Und das bedeutet dann bei mir, dass auch die Überarbeitung dann nicht mehr gar so lang gedauert hat vom Text an sich, weil er fast fertig war durch das Schreiben selber. Mein Schreibprozess ist so, dass ich vorher viel Texte lese zu dem Thema und zusammenfasse und zusammentrage, was wichtig ist und was ich unbedingt in meinem fertigen Text dann drinnen haben will. Und das dann eben stichwortartig zuerst mal zusammenzutragen für die einzelnen Kapitel und für die einzelnen Absätze. Und dann werde ich das immer ausformulieren und gebe es dann, wenn ich so die überarbeitete Rohfassung habe, immer zum Feedback zu Kolleginnen und Freundinnen, die mir dann meistens auch immer sehr hilfreiche Tipps geben, die ich dann noch einarbeiten muss. Und erst nachdem es dann eingearbeitet ist und noch etwas Zeit vergangen ist und es ein bisschen gelegen ist, dann lese ich nochmal drüber und dann gebe ich am Schluss ab. Mein Schreibprozess, es war wie bei der Pro-Seminar-Arbeit, auch bei der Bachelor-Arbeit, dass ich immer bereits das Titelblatt schreibe, dann das Inhaltsverzeichnis, auch wenn es nur dann erstens Einleitung, zweitens Hauptteil, drittens Konklusio, viertens Bibliografie. Und dann habe ich quasi in erstens Einleitung mal mein Exposé, was man als Person ja schreiben soll, eingefügt und dann angefangen zu recherchieren. Und dann so hat man gleich zu Beginn drei, vier Seiten. Und das war dann irgendwie schon sehr beruhigend. Und dann schreibt man weiter und dann kommen schon mal zehn Seiten zustande und das fühlt sich dann nach und nach. Ich habe mich persönlich so überlistet, weil es viel besser ausschaut, wenn dann schon einfach schon mal vier Seiten da sind oder fünf Seiten mit Bibliografie. Man kann sich austricksen, dann hat man schon sechs Seiten und das ist viel motivierender, als einfach auf ein leeres Blatt zu sehen. Der Schreibprozess bei mir sieht so aus, dass ich mir zuerst ein bisschen die existierende Literatur oder im Fall der Bachelor-Arbeit ein Lehrbuch, das in die entsprechende Richtung geht, anschaue und vielleicht auch mehrere Lehrbücher, denn die sind alle oder viele davon in verschiedenen Stilen geschrieben. Und dann schaue ich mir ein bisschen an, warum mir manche Stile besser gefallen als andere. Das hilft mir dann oft, meine eigenen Ergebnisse zu strukturieren und eine Struktur, eine Schreibstruktur zu finden, die mir persönlich und wohl auch in meiner Denkart liegt. Und ja, wenn ich das Problem habe, dass ich auf ein leeres Blatt Papier schaue, dann gibt es im Wesentlichen zwei Tipps, die ich habe. Der eine ist, dass man einfach anfängt, irgendwas zu schreiben und das aufräumen einer späteren Version, dass ich es überlässt und einfach mal beginnt, irgendwas zu schreiben und dann schaut man einfach, dass man es aufhübscht, ein bisschen später. Und wenn es aber wirklich eine so schlimme Blockade ist, dass nicht mal das funktioniert, was durchaus mal passieren kann, dann würde ich empfehlen, dass man andere Teile der Arbeit, die es ja meistens gibt, wie zum Beispiel das Erstellen von Grafiken, zuerst macht und dann, wenn man da in einen Arbeitsprozess reingekommen ist, der funktioniert, dann hat man manchmal auch die Energie, mit dem Schreiben zu beginnen. Also nachdem ich eine relativ im Grunde theoriebasierte Arbeit geschrieben habe, mit ein bisschen qualitativer Empirie, hat meine Bachelorarbeit vor allem einmal daraus bestanden sehr viel zu lesen. Ich habe viele verschiedene Texte gelesen. Da habe ich mir dann auch die Mühe gemacht, obwohl ich sonst eigentlich ein sehr, nicht unbedingt vorbildhafter Student bin und mir jetzt eigentlich nicht zu jedem Text, den ich dann auch lese, so wie man es tun sollte, die Notizen erstelle und Zusammenfassungen schreibe, habe ich mir eben bei der Bachelorarbeit vorgenommen gehabt, das einmal intensiver zu machen. Und dementsprechend habe ich einmal einfach die Literatur dazu aufgearbeitet, die ich finden konnte, habe mir dazu den verschiedenen Texte eben mit Blick auf mein Interessensgebiet Zusammenfassungen erstellt, also Exzerpte, wie man das bei uns nennt, und habe dann von diesen ausgehend versucht, die verschiedenen Ecken meines Themengebietes zusammenzubringen. Im Grunde habe ich dann irgendwie mich wirklich 20 Tage hingesetzt und war jeden Tag stundenlang in der Bibliothek und dann war ich aber ziemlich rasch fertig eigentlich. Ich dachte, dass das länger in Anspruch nimmt, aber wenn man dann einmal drinnen ist, geht das eigentlich ganz, ganz flott. Ich glaube also, wenn man jetzt irgendwie meinen Schreibprozess irgendwie beschreiben müsste, dann bin ich schon jemand, der irgendwie so ein bisschen so ein systematisches Chaos hat. Also ich gehe die Dinge dann jetzt auch nicht irgendwie in der richtigen Reihenfolge unbedingt immer durch, sondern mache jetzt das, wo ich gerade auch irgendwie meine Gedanken irgendwie darauf fokussieren kann. So lange, bis ich halt irgendwie merke, dass okay, jetzt mache ich irgendwie eigentlich nichts Sinnvolles mehr und schaue nun mal irgendwie, dass ich die Zeit vorüberbringe, dann sollte man eigentlich auch aufhören und eine Pause machen und vielleicht sich irgendwie einen anderen Teilaspekt mal anschauen und auch mal drüber schlafen. Das hilft mir immer sehr gut, wenn ich auch regelmäßig irgendwie so mal eine längere Pause einlege, auch irgendwie mal dazwischen was anderes mache, weil man dann irgendwie vielleicht eben, wenn man wo stecken geblieben ist, wie soll man da jetzt dieses Argument gut formulieren, wie findet man jetzt diese Information oder wie passen jetzt diese zwei Teile, die man gemacht hat, eigentlich zusammen, dass wenn man da irgendwie zu lange vor irgendwie dem Stoß an Arbeit sitzt, kann das auch mal zu Blockaden führen, die eigentlich am einfachsten sind aufzulösen, dadurch, dass man mal irgendwas anderes macht. Wenn Sie sich an die Phase erinnern, in der Sie sehr viel geschrieben haben, in der Intensivschreibphase, was war da für Sie am schwierigsten? In dieser Phase des Schreibens, in der ich sehr viel produziert habe, war die Einschränkung das Wichtigste. Auch wenn die Rahmen nicht wahnsinnig streng sind für die Bachelorarbeit, ist es schon so, dass die Betreuerinnen oder der Betreuer sich oft wünschen, dass es in einem gewissen Rahmen bleibt. Man muss ja auch lernen, sich selbst einzuschränken. Also es ist nicht Sinn und Zweck der Bachelorarbeit, dass man einfach wahnsinnig viel von Lehrbüchern abschreibt. Ich meine, die gibt es ja schon aus gutem Grund. Und was man stattdessen empfehlen könnte, ist, dass man beginnt, sich einen sehr klaren Rahmen zu setzen und ein sehr konkretes Ziel formuliert und nicht, sobald man mal wirklich in diesem Schreibprozess drinnen ist, dann alles aufschreibt, was einem einfällt. Also die redaktionelle Arbeit danach ist definitiv sehr wichtig. Und man sollte aufpassen, dass die nicht zu kurz kommt. Man muss dann einfach immer wieder kürzen, immer wieder schauen, dass man die Arbeit strafft. Und ja, ich denke, dass das ein bisschen ein Problem war. Also ich würde heute die Bachelorarbeit definitiv anders schreiben. Am schwierigsten war es eben, von diesem Perfektionismus irgendwie loskommen zu wollen. Also ich war dann an einem Punkt gelangt, wo ich wirklich schon das meiste Wissen in meinem Kopf schon drin hatte und dann wirklich auch schreiben wollte. Und ich wusste, okay, da und da und da muss ich hin, das und das muss ich schreiben. Aber das vom Schreiben her nicht ging. Also ich bin nicht hinterhergekommen mit Schreiben, weil ich eben mich irgendwie darauf verkrampft habe, dass das, was ich zu Papier bringe, schon gut sein muss. Und davon irgendwie loszukommen, um weiterzukommen im Text. Das ist mir ziemlich schwer gefallen. Aber irgendwann habe ich das aufgegeben. Irgendwann war nur noch zwei Wochen Zeit. Also keine Zeit für tolle Wörter. Und auch dran zu bleiben. Also quasi, wenn man mal im Schreibfluss ist, denkt man sich so, okay, gönne ich mir jetzt mal eine Pause. Aber dann kommt man halt umso schwieriger rein. Und wenn ich dann eben auch eine Pause gemacht habe, dann war es halt zum Ausruhen oder, weiß nicht, spazieren gehen oder so irgendwas und nicht mehr noch mehr Content reinballern, der nicht notwendig ist. Ja, das war auf jeden Fall am schwierigsten. Eben das dranbleiben und weg vom Perfektionismus kommen. Ja, ich glaube, also in der Intentivschreibphase ist es halt dann wichtig, es nicht zu übertreiben, wie ich eigentlich gerade schon gesagt habe. Ich glaube, es ist eben genau das Gegenteil, dass wenn man irgendwie vorhat, sich zehn Stunden in die Bibliothek zu setzen, und vor allem, wenn man jetzt irgendwie wie ich jemand ist, der da irgendwie den Fokus einfach nicht dazu hat. Ich lasse mich sehr schnell ablenken. Ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Konzentration. War, glaube ich, das Beste ist, wenn ich mir immer so kleine Aufgaben gestellt habe. Also ich möchte jetzt diesen Absatz fertig schreiben und dann macht man das. Dann geht das meistens sogar schneller, als man gedacht hat. Und dann habe ich ja mal irgendwie eine Pause eingelegt, mich irgendwie belohnt. Und um dann halt weiterzumachen und desto besser man sich das in so kleine Arbeitsschritte einteilen kann, glaube ich, desto einfacher geht es von der Hand, weil man dann halt immer so relativ wenig zu tun hat, das dann macht und dann auch mal zufrieden ist mit sich und nicht irgendwie dauernd dieses Damoklesschwert über sich hängen hat, dass man jetzt irgendwie eine Deadline einhalten muss oder dass man jetzt noch 20 Seiten schreiben muss. Und wenn man es eher betrachtet, dass ich muss heute noch vielleicht eine Seite schreiben, ich muss heute noch einen Text zusammenfassen und morgen arbeite ich dann mit diesem Text und schaue, was er mir für meine Arbeit bringt, ist das, glaube ich, einfach weniger belastend. Ich glaube, das ist das Schwierigste, also diese, wenn man, wenn man irgendwie so einen Druck hat, weil man eben vielleicht sich schon zu lange Zeit gelassen hat, dass diese, diese Belastung irgendwie da über sich hinauszuwachsen und sich nicht davon einschüchtern zu lassen, dass man jetzt noch so viel zu tun hat. Also ich habe auch gerade wieder eine Seminararbeit geschrieben, bei der ich dann irgendwie mir gedacht habe, oh je, ich hätte da jetzt irgendwie schon mehr machen müssen, ich bin leider nicht dazu gekommen. Und dann habe ich aber eben einzelne Aufgaben für diese Seminararbeit erledigt und dann ging das plötzlich irgendwie viel einfacher und eines Tages bin ich aufgewacht und habe mir gedacht so, hey, eigentlich bin ich jetzt ziemlich fertig mit dem, was ich machen wollte und ich weiß genau, was ich jetzt noch brauche, um das zu vervollständigen. Obwohl ich eben am Anfang mir gedacht habe, wie soll ich jetzt noch diese ganzen Aufgaben erledigen, die ich dazu erledigen muss, um diese Arbeit fertigzustellen. Also ich glaube, in Wirklichkeit ist das Wichtigste in der Intensivschreibphase, dass man es gar nicht übertreibt. Dass man durchhält, konstant Dinge macht, aber es nicht übertreibt. Wenn man nicht mehr kann, dann kann man halt nicht mehr. Bei den intensiven Schreibphasen, wenn ich versucht habe, daheim zu schreiben, war es bei mir definitiv die Motivation, mich immer von Neuem heranzusetzen und wieder neu in das Thema zu finden. Weil wenn ich dann am Text war und einmal begonnen habe, nach der ersten halben Stunde, war ich quasi wieder in der Thematik drinnen und dann ist es mir eigentlich sehr leicht gefallen. Aber das Beginnen und was ich eigentlich bei fast allen meinen Arbeiten gemacht habe, war mich mit anderen Studenten in der Bibliothek zu treffen oder irgendeine Form von gemeinsam schreiben. Das war dann natürlich schwieriger, weil meine letzte, wir müssen ja zwei Bachelorarbeiten schreiben und bei der zweiten, die war dann bereits in der Pandemie. Und da haben wir dann eben mit einer zweiten Person so Schreibtitz begonnen, dass man eben nicht immer nur daheim alleine sitzt. Die nächste Phase 3 3 4 5 6 6 5 6 Untertitelung des ZDF, 2020